so also mein upload plan video klar ja also ich werde es ab nächste woche heute ist donnerstag eigentlich nicht heute ist mittwoch der 13 am 14 wird das teil hier hochgeladen und es sieht so aus am montag den 18 beginnt mein neuer upload plan am montag beginnt mein upload plan das heißt montags bis donnerstag haupt projekte wie ich gehe mal ganz kurz auf meinen kanal das ist jetzt unpraktisch muss da weg zieht es gleich wieder rein solange seht ihr die krasse katze muss noch einpassen auf die also hier die laufenden projekte die werden montag bis donnerstag kommen pokémon smaragd hingegen kommt man nichts aufnehmen das kommt einfach spontan dazwischen egal wann aber kotor es ist ein street was ich dann hoffentlich oben habe morgen setze ich mich dran dass ich da den verzögern rauskrieg und ich könnte dann wird portal 2 starten montag und vielleicht fange ich noch eins an aber auf jeden fall habe ich dann drei projekte die werden montag bis donnerstag dann kommt zum beispiel zweimal kotor wenn ich bock habe oder zweimal essence creed wie ich will wie viele parts am tag kommen was ich mir offen wird wird man sehen und ja dann habe ich ja noch freitag samstag sonntag bis jetzt habe ich es ja immer so gemacht samstag sonntag video oder nicht video meine sache aber jetzt mache ich so freitag samstag sonntag kommen entweder multiplayer projekte wie league of legends oder starcraft 2 also freitag samstag sonntag oder wie schon in mehreren videos angekündigt habe will ich entweder will ich terraria und oder minecraft anfangen wobei ich bei minecraft warten werde bis 1.8 rauskommt das heißt freitag bis sonntag ist unregelmäßig immer noch aber ich werde versuchen immer was aufzunehmen also entweder terraria minecraft oder lol oder starcraft 2 und das wird dann freitag bis sonntag kommen und dann wieder montag bis donnerstag pro tag ein projekt also sagen wir jetzt mal ich mache so dass ich montags essence creed hochlade dann kommt zum beispiel dienstags kotor mittwochs portal 2 und dann habe ich ja noch donnerstags da denke ich einfach mal mache ich einfach mal kotor weil ich glaube das seht ihr am liebsten wie es mir so von aufrufzahlen her bekommt und was jetzt noch zu sagen das wird dann also so laufen montag bis donnerstags meine laufenden projekte freitag bis samstag die multiplayer und endlos projekte ich kann auch gleich sagen minecraft und terraria werden spontan aufgenommen genauso wie league of legends und starcraft 2 das heißt wenn ich bock habe nehme ich es auch wenn ich dann nicht aber ich denke mal ich habe auf 1 von 4 immer lust das heißt es wird eigentlich freitag samstag sonntag immer irgendwas kommen was gibt es noch zu sagen ich weiß noch nicht ob ich es mache aber vielleicht starte ich noch ein viertes projekt jetzt so in sommerferien dann habe ich vier projekte abwechslung für jeden was dabei und so ja das ist eigentlich alles ja bis montag werde ich jetzt erstmal nur kotor laufen lassen habe ich genug vor aufgenommen ich will ganz kurz nachgucke ich schiebe es mal wieder darüber gucke nach wie viel ich aufgenommen habe vor weil gestern hatte ich ein bisschen bock drauf ich habe eins zwei drei vier parts vor aufgenommen das heißt donnerstag freitag samstag sonntag reicht genau jeden tag ein part und ich muss auch bald ein ersatzprojekt vor kota finden wird sich finden kein problem ja was gibt es noch zu sagen eigentlich war es das jetzt das heißt ich schreibe den plan den upload plan auch noch mal in die beschreibung und das was jetzt nicht rein dass die dass die labern halt nächstes so jetzt kommt es ja das war jetzt das falsche lied weil labern brauche ich da jetzt nicht das ist übrigens meine playliste für minecraft und terraria ich weiß noch nicht ob ich bei terraria auch eine benutze auf minecraft wird die kommen und bei lol ich habe viele league of legends fan lieder drin ganz kurz auf da zum beispiel habe ich von player bov oder ja so nennen die sich habe ich viele drin oder von boss pender ich weiß gar nicht wie er sich auf youtube nennt ganz kurz gucken das will ich jetzt rausfinden muss hier in abos drin sein jetzt nämlich drauf finde ich werden dabei sein ja print spitz print spitz heißt ja wird dann benutzt als playlist falls ihr die wollen schreibt sie mir in die kommentare dann lade ich die hoch irgendwo ja also in die beschreibung kommt die plan die upload upload plan so wird er jetzt erst mal bleiben bis ich was anderes vor hab dann kommt vielleicht ein anderer und ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen portal review kommt nämlich donnerstag freitag auf weiß noch nicht genau ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen das war für dieses ankündigungs upload plan erklärungsplan video und und möge die macht mit euch sein tschüss